Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf euren Lieblings-YouTube-Kanal bei American Subs. Ich darf euch heute jemand ganz Besonderes vorstellen, worauf ich mich schon sehr gefreut habe, und zwar Larry Wheels. Er kennt sicherlich sehr viele von euch, er hat ja auch nicht gerade wenig Follower, sprechen hier auf YouTube momentan von über 2 Millionen, auf Instagram sind es sogar fast 3,5 Millionen. Und Grund genug, ihn sich mal hier ein bisschen näher anzuschauen. Na, wir haben hier einmal wieder unseren tollen Blog bei American Subs, wo ihr das nachlesen könnt, wenn euch gleich ein paar Infos fehlen. Und jetzt gehen wir erstmal kurz ein, was der Strongman so, ja, was ihn so ausmacht. Also zunächst mal, Larry Wheels wurde 1994 in New York City geboren, in der Bronx, und ist ja halt dementsprechend amerikanischer Powerlifter, Personal Trainer, mittlerweile auch Bodybuilder. Und das macht ihn ja schon, ja, man merkt, das ist halt ein Unterschied im Vergleich zu den anderen Strongman. Er weist eine unheimliche Ästhetik auf. Ich zeige euch das jetzt mal hier, Moment, ne, vom Körperbau her. Also er ist super smart, super sympathisch, total natürlich, kommt da rüber. Und ich meine, das sind sie alle, egal ob Eddie Hall oder Haftor, kommen ja alle total cool rüber und so, ne. Aber sie sind halt nicht die Ästhetischsten, ne. Sie sind stark, aber ist klar, es ist jetzt nicht unbedingt kein, ja, ich sag mal, das heißt schöner Anblick, ein cooler Anblick auf jeden Fall. Ja, es beeindruckt mich immer wieder diese Stärke. Aber hier bei Larry Wheels haben wir halt eben auch einen unfassbar ästhetischen Körperbau, ja. Soviel schon mal dazu. Wer seine Videos noch nicht angeguckt hat, guckt unbedingt rein, weil da merkt man halt auch einfach, wie natürlich und sympathisch er auch rüberkommt. Und er auch ganz normal über seine Story redet, ja. Also wie bei einigen ist auch Larry Wheels eben aufgrund seiner harten Kindheit eben zum Sport gekommen. Oder auch, also man hat ja viele, entweder haben sie eine schwere Kindheit hinter sich, sie waren Mobbing-Opfer oder sie waren unfassbar dick. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Larry Wheels war mehr so der Skinny-Guy, aber er hat das eben nicht leicht gehabt. Und ja, ich sag mal, bis sechs Jahren, ja, war es eigentlich ganz okay. So, und dann hatte er aber seine Mutter einen Boyfriend, also so einen Lebensgefährten. Und ja, er sagte halt auch, die Mutter war immer top. Und sie hat alles für ihn getan, was in ihrer Macht stand. Also da hat er auch, verliert er auch kein schlechtes Wort dran. Aber eben die Boyfriends, die sie hatten, die waren halt nicht immer ganz so cool, ja. Und als er dann sechs Jahre alt war, dann gab es halt eine Situation, also er sagt sogar Fistfight, also ein Faustkampf. Die beiden haben sich wohl geprügelt. Und der Mann hat dann tatsächlich die Polizei gerufen. Also sonst, wenn überhaupt, ruft die Frau ja die Polizei. Aber in dem Fall war es der Mann. Und dadurch, dass sie sich dann so hysterisch verhalten hat in dem Moment, wurde die Polizei halt auch so skeptisch. Und dann haben sie halt gesehen, okay, da ist ja oben noch ein kleiner Junge, weil er schlief eigentlich in seinem Bett. Und dann kam er so die Treppe runter. Ja, dann haben die sich das Ganze halt mal ein bisschen näher angeguckt. Die haben die Mom halt auch mit aufs Revier genommen. Und dann kam es ja halt auch, ja, Drogentest und sowas alles. Und dann wurde erst mal entschieden, dass der kleine Larry halt zu seiner Großmutter sollte. Da war auch alles schön, alles schick, alles fein. Und hatte eine ganz gute Kindheit da, ganz normal, Schule, das Übliche. Und als er dann zwölf Jahre alt war, so dann bekam seine Mutter halt wieder das Sorgerecht. Und dann zog er halt wieder mit ihr zusammen. Und dann ging es halt nach St. Martin. Oder was? Nee, St. Martin sagt man nicht. Also auf jeden Fall auf die Insel ging es dann. Und da war dann halt eben das Problem, ja, es gab nur eine englischsprachige Schule dort. Und ihm war einfach langweilig. Ja, einmal die eine Sache, ihm war langweilig. Und dann kam noch hinzu, dass er auch noch gemobbt worden ist. Weißt du, er wurde halt, ja, fertig gemacht. Ja, und dann auch so als Skinny Guy. Und dann ist klar, was macht man dann? Man versucht größer, massiger zu werden. Und das hat er dann auch gemacht mit improvisierten Gewichten, mit Handeln, mit hier Bodyweight-Übungen. Was man halt macht. Pull-Ups, Push-Ups, ja, Gewichte stemmen eben mit selbstgemachten oder selbstgebastelten Handeln. Wenn eben das Geld auch nicht dazu reicht und die Mitteln. Und das ist immer unfassbar gut, weil da sieht man so, jemand hat den Willen dazu, ja. Er macht das wirklich, weil er es will. Er hat den Hunger dazu. Der ist einfach hungrig. Und das sind dann einfach meistens die Wurzeln, woraus die fettesten Erfolgsstories gemacht werden einfach. Ja, und irgendwann kam er dann halt so an so seinen ersten Job. Dann verdiente er halt auch etwas Geld. Ja, und dann war er auf 16. Dann konnte er sich praktisch halt im Fitnessstudio anmelden. Da hat er natürlich dann ganz andere Möglichkeiten gehabt. Und konnte so sein volles Potenzial ausschöpfen. Ja, und da kam er aber ziemlich schnell auf die Idee. Oder beziehungsweise er hatte dann diesen, ja, Kampfgeist entwickelt. Gar nicht mal, also massiger zu werden, klar. Aber für ihn war es dann eben auch interessant zu werden, hey, sich selber herauszufuhen. Selbst seine eigenen Rekorde zu schlagen. Und das hat er dann auch ganz oft geschafft, ja. Er gilt als einer der stärksten Männer. Und was er aber dann später brauchte, war halt wirklich mal so ein richtiger Trainer. Denn ihr wisst es auch, viele Menschen versuchen halt alleine, haben sie schon einen gewissen Ehrgeiz, versuchen viel aus sich herauszuholen. Das klappt ja auch bis zu einem gewissen Punkt. Aber man kann einfach nicht so viel wachsen, wie sein Potenzial hergibt, wenn man nur alleine vor sich hin dümpelt. Ich glaube, das habe ich auch im letzten Video schon mal gesagt, wo es um David Goggins ging. Und deswegen, man braucht einen Trainer, man braucht einen Mentor, man braucht einfach ein gewisses Umfeld, ja, mit Menschen, die dasselbe erreicht haben oder auch daran arbeiten. Dieses alleine vor sich hin irgendwie hier Motivation-Videos anzugucken, ist alles schön und gut, ne. So für die eigene Psyche, für den eigenen Willen und so. Aber wer wirklich wachsen will, der braucht einfach andere Menschen. Und das hat Williams auch erkannt und dann hat er sich eben an einen Trainer gewandt, an John Galliano, einem Trainer aus Long Island, New York. Und der auch ein ehemaliger Wrestler war. Und ja, der hat ihn dann halt immer weiter gepusht. Wir gehen jetzt mal kurz auf Larry Wheels Instagram-Account ein. Hier, 3,4 Millionen Follower aktuell, ne. Echt toll und hier seht ihr ihn eben auch einfach mal bei seinen Rekorden. Ja, top. Ja, ich zeige euch auch nochmal, wenn ich es jetzt auf Anhieb finde, das Video. Ich glaube, bei Gorilla Mind oder so habe ich es euch gezeigt, hier. Ne, ne, das ist das andere Video. Ja, zeigt auf jeden Fall auch, dass er halt auch einfach lustig drauf ist, ne. Ja, hier kennt jeder Hafttor. Und was haben wir denn hier noch? Bankdrücken. Ach, hier ist vorhin Bankdrücken. Armdrücken, also da fordert er sich auch regelmäßig eben dann in Contests heraus. Wen haben wir hier? Ne, ja gut, komm, kennen wir auch alle. Big Raimi. So, er spielt einfach auch bei den ganz Großen mit, ne. Hier sieht man ja auch mit seinem Lifestyle. Fette Autos. Hier der Style. Aber auch viel, also was heißt Comedy? Einfach auch so lustige Sachen, ne. Hier mit Abdur Rosig. Das viele vielleicht nicht wissen. Der sieht zwar aus wie ein Kind, aber ist schon, ja, ich glaube 18 stand da gerade. Ne, ja. Also da sieht man halt einfach so, Larry Wheels, er zeigt einfach auch so Unterhaltung, ne. Er zeigt seine Leistung und das macht ihn halt unfassbar sympathisch eben. Irgendwann kam dann für ihn der Punkt, ha, gehen wir mal wieder rüber. Irgendwann kam dann für ihn der Punkt, wo er sagte, so, ja, er will halt zum Bodybuilding wechseln. Und das hat er auch gemacht. Und, ja, er hat dann selbst aber auch erkannt einfach, dass, ja, die Ernährung für einen Bodybuilder, die ist ja natürlich ganz anders als eben für einen Strongman. Beim Strongman, Hauptsache rein, die Massen, die brauchen nicht so ganz genau auf die Makros zu achten, sag ich mal, weil, um in den definierten Bereich zu kommen. Klar, es muss von allem reichhaltig dabei sein, auch im korrekten Mengenverhältnis und so. Aber man kann es eben nicht mit einer, hier so einer Bodybuilding-Ernährung vergleichen. Übrigens, womit er auch besonders, also 2018 nochmal neue Fans erreicht hat, ist eben sein offener Umgang mit den, ja, mit der Einnahme von Steroiden. Er spricht das Thema auch voll offen an, was auch gut ist. Er nimmt da auch kein Blatt vom Mund. Ja, das war hier zum Beispiel ein ganz interessantes Video. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Also ich erspare euch das jetzt, dass ich das hier abspielen lasse. Vielleicht einfach nochmal, um zu wissen, dass ihr wisst, worum es da geht. Er erzählt seine Story einmal, wie er aufgewachsen ist, ja, die er echt nicht ohne war. Und er spricht da auch ganz locker, ganz neutral rüber. Und ja, geht dann eben halt auch auf die Einnahmen von Steroiden ein. Und er sagt dann halt auch, ja, es ist halt wichtig, über die Risiken zu informieren, ne. Weil gerade junge Leute, so, die fangen an mit dem Training. Die sind gerade erst mit der Schule fertig und so. Die sehen das ins Studio. Ich meine, stelle ich vor, ihr seid jung, 18 Jahre oder was, 17, ihr seid gerade mit der Schule aus und wollt mit dem Training anfangen. Und dann seht ihr da, äh, hier, wo haben wir es? Ne, und dann seht ihr da sowas. Ja, ich meine, klar. Und dann hört ihr vielleicht von irgendjemandem dann so, hey, guckt mal, damit geht das leichter oder so. Natürlich, gerade in jungen Jahren ist man dann vielleicht naiv und versucht, eine Abkürzung zu nehmen. Ne, und deswegen ist es toll, dass Menschen wie Larry jetzt eben offen darüber aufklären. Und das macht er eben auch, ne. Er geht auch in einem Video auf seinem YouTube-Kanal auch drauf ein, wie jetzt sein Herz halt aussieht nach, äh, ich muss mal gerade gucken, ich glaube nach 10 Jahren war das. Ja, my heart after 10 years, ne. Und, ähm, ja, da spricht er auch offen drüber, was das halt eben bedeutet alles, ja. Ja, äh, er ist irgendwann nach L.A. übrigens gezogen, einfach um noch mehr so der Bodybuilding-Strongman-Community beizutreten, weil er sich da einfach besser connecten kann mit den Leuten, ja. Und, ja, für ihn ist es halt schön gewesen, dass er hat ja irgendwann so einen einfachen Aushilfsjob als Kellner, genau wie seine Mom damit halt irgendwo gestartet, ja. Und dass er jetzt quasi mit seinem Traum, mit seinem Spaß halt Geld verdienen kann, er kann Leute motivieren, er kann das machen, was er gerne macht, ja. Ja, aber er ist sich auch seiner Verantwortung bewusst. Das ist auch das, was ihm so ein bisschen zu, ja, äh, Zweifeln lässt. Manchmal Oberborn ist nicht ganz so weiß, wie er halt mit umgehen soll, weil er ja auch eine gewisse Vorbildfunktion hat, ne. Also, checkt unbedingt alles hier mal aus. Sowohl unseren Blog, ja, dann geht ihr rüber zu, auf Instagram zu Larry Wheels und dann schaut euch auch nochmal seinen YouTube-Kanal an. Da werdet ihr unfassbar vielen Input bekommen. Und bis dahin, ja, wünsche euch alles Gute, viel Spaß, macht was aus diesem schönen Tag, der uns geschenkt worden ist. Und ich sag mal bis bald, eure Vanessa, liebe Grüße. Und ich sag mal bis bald. Vielen Dank.